auch hat war abschließend ein einzig klar heute oder ja wunderbar Im Namen des Clans, verleihe ich dir das deutsche Kreuz und Gold. Ja, okay, Achtung, legt an, Feuer, legt an, Feuer, legt an, Feuer. Ich dachte am Anfang, wir schießen dann auf ihn, das ist so geil, wie einfach alle laden müssen. So, auch hier, das sind 25 und 12 Partnern, am schönsten, das sind eh, was in der deutsche Kreuz und Gold. Im Namen des Clans, gut, kehrt, kehrt, heißt umgedreht, gut, okay, Achtung, hoch, legt an, Feuer, legt an, Feuer, legt an, Feuer. Ja, okay, in die Reihe, so, jetzt der letzte, Marci, fortkicken, so, auch ebenso, heldenhaften Einsatz auf Feuer, für die 12 Panzer wird natürlich das deutsche Kreuz verliehen. Okay, kehrt, gut, Achtung, legt an, Feuer, legt an, Feuer, hoch, wegzweiß, okay, jetzt könnt ihr euch alle umbringen. Okay, was für ein Geschlachte. Ich hoffe, es hat euch gefallen, falls ja, lasst mir ein Like oder ein Abo da, wir sehen uns beim nächsten Mal, so sieht eine Verleihungszeremonie aus, bis dann und tschüss.